Oh, diese Ladescreens, die sind teilweise ein bisschen nervtötend. Wo sind wir jetzt? Natürlich noch einmal von vorne. Wie wir es gewohnt sind. Immerhin haben wir jetzt wieder drei Granaten am Start. Die erste werfen wir gleich mal hier, freundlicherweise da oben. Die Nüsse, ihr. Ich bin auch getroffen. Soll ich hier nur Sperrfeuer machen eigentlich? Oder wie ist das? Hier Parken in den Flot. Da kommt aber schon gleich wieder einer. Ja, ist klar, richtig. Ach, du bist ein Feind, oder was? Jungs. Jungs. Klar, ey, wie schnell seid ihr denn? Wo muss ich überhaupt hin jetzt? Ich will hier hoch. Hä? Fast whatever, too. Mhm. Gut, äh, ich hab keine Ahnung, wo meine Dudes, wie lang gelaufen sind. Sind die hier hoch? Oder hier rüber? Öh. Dann joggen wir halt mal ganz außen rum. Double-Tab. Seid ihr Freunde oder Feinde oder beides? Freundliche Feinde? Vielleicht kommt wieder Friendly Fire is not tolerated. Oder so. Ja, ja, mhm. Nimm das! Du Spaten! Ich werde beschossen, Mama. Nimm das! Du stirb doch! Also los, durch das Gebäude! Bam! 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 Keine Chance habt ihr nicht! Vielleicht kommt hier gleich was von oben runter gejumpt. Also los, durch das Gebäude! Durch das Gebäude! Achtung! Granate! Granate! Wow! Ach so, ach ja. Er kullerte da schon raus. Dummy-mäßig. Wir haben die dickste Wumme. Da würde ich sagen, stürmen wir einfach mal das Gebäude. Obwohl wir überhaupt nicht sehen in diesem dicken Rauch hier. Campo! Montes! Ja! Meine Herzbuben! Tür! E to breach! E, 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 E! Ganz viel E! Ah! Schnell! E, E, E! Natürlich! Da hat jemand Hunger gehabt und den Kühlschrank davor gestellt. Pass auf, wir gehen gleich irgendwo eine Tür aufbestimmt. Gesichert! E to breach! Ja! E to breach! Woa! Boots! Scheiß, die waren dann! Boots! Bang! Du! Stirbst heute noch? Ja! Just like I said! Lass mal nachladen. Er lehnt sich da gemütlich gegen die Wall. Macht so ein Wall. Leier, Leier. Fliegt die Gas rum? Tü-tü-tü-tü-tü-tü! Captain Brady! Hauere ausstehen! Apartment sicher! Eins und zwei! Eins und zwei! Für diese Mission von Misfit! Misfit! Bei wem fahre ich mit? Hier! Neben wem sitze ich da überhaupt? Das ist Montes! Lass mich mal rumgucken hier! Licks! 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 Wer bist du? Namenloser! Boah! Pass auf! Gleich stirbt mein Mate und dann muss ich noch steuern. Dann lache ich ja. Ich wundere mich etwas über diese Runde. Nein, nein! Das ist der kürzeste Weg, den wir schon machen. Wir kommen zum Radwegs. Ich meine, hinter dem Tunnel ist nur noch Feindland. Na, da bin ich ja mal gespannt, was uns da jetzt erwartet. Bestätigt! Internet auf der Straße. Ich weiß, wie das aussieht. Der feine Hort hat doch gerade von uns noch von dem Kislein ausweichen. Wir können Sie nicht überraschen mit der Abbahn. Wir müssen die Initiativen ergreifen. Hab ich gerade zugestimmt, wenn er einen Kislein zugeraten? Immer schießen wir uns nicht selbst und nehmen ihn die Arbeit ab. Ehrlich gesagt, ich höre mich noch nicht in der Kislein. Ich höre mich noch nicht in der Kislein, Schäden. Ich kenne weiter. Auf nichts. Scheiße! Wo ist der hin? Verstanden, 1, 3. Wo ist der hin? Ja, steigen wir einfach mal aus hier. Mit einem Endstart, wo man nicht weiß, was demnächst auf einen lauert. Ja, ja. Schon wieder ein Hinterhalt mit 17 FPS. Nagelt sie fest. Wir gehen hoch. Ich bin in der Granadio greifen. Ich habe keine verflucht. Nagelt sie fest. Ich nagel die sowas von fest. Mann. Danach wünscht sie, sie hätten Hammer dabei. Matkovic, lauf! Nimm die Beine in die Hand mit deiner schweren Panzerfaust auf den Rücken. Das sollte kein Problem sein. Das ist aber schon gut im Training oder was. Mach ich mal hinter mir. Montes! Montes wird tot. Ich bin der erste hier, an erster Stelle, zur Stelle. Drück E. Nee, passiert gar nichts. Okay, dann warten wir erstmal wieder auf den Rest der Mannschaft. Campo, Matkovic und Montes. Sobald wir draußen sind, will ich, dass ihr sie mit Flankenfeuer abfackelt. Verstanden? Verstanden! 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 Wo denn? Wo denn? Wo denn? Oh, ich nagel euch jetzt sowas von fest. Ist ja gar keiner mehr da. Bam! 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 Oh, scheiße. Ducken. Ja. Voll die Rübe. In die Rübe. Bam! 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 Oh, du. Nachladen. Wir sollten vielleicht zu einer anderen Bach wechseln. Oh! Montes! Mensch! Was machst du denn? Mach doch nicht so ein Terror. Wieso das Teil eigentlich nur 20 Schuss? Ich bin getroffen! Niemand ist getroffen hier, Pussys. Ja. Hoch da. Äh. Angriff! Boah, ich will hier doch nur rüber, ey. Ah. Gut, dann laden wir erstmal in alle Seelenruhe nach. Zücken die andere Waffe und bringen sie halt. Beide geht's. Double tap. Na? Oh! Wieso kann man sich eigentlich nicht nach links lehnen? Das wäre cool. Campo, ich gebe dir Feuerschutz. Versuch's zumindest. Mal ein bisschen weiter vorlaufen hier. Nicht die Mates alles in Ruhe alleine machen lassen. Campo, zieh die Kopf ein. Sonst garantiere ich für nichts. Na, was machen wir jetzt, Jungs? Was machen wir jetzt? Ich folge lieber... ...Kontes! Kann man ja auch gehen bei dem Spiel? Nö. Ich glaub's nicht. Ich trech ins Essen! Campo, zieh die Kopf ein! Was, der folgt uns nicht, oder was? Ich glaub's nicht! Rutsch! Oh Gott! Scheiß die Wand an! Alles bestens! Alle okay? Ja! Bin okay! Alles bestens! Und bei dir? Auch alles okay! Okay! Verflucht, das waren 93 und ich lebe noch! Mir geht's besser als okay! Mir schallt die Sonne aus dem Arsch! Blackburn, bist du okay? Alles in Ordnung? Mir fehlen alle Zähne! Wo muss es hier rausgehen? Los! Storm the Front! Äh, bin ich auch dafür! Aber ich nehm die dicken Wummen! Können wir hier eine Taschenlampe anmachen oder so? Irgendwie? Follow Squad! Campo, sei vorsichtig! Schieb mich nicht mehr da vorwärts, Mensch! Watkowitsch! Ich glaube, das ist die Bank! Nimm's an! Da ist noch ein Panzer! Alle 90 ist wieder da! Wir müssen was tun! Scheiße! Scheiße! Wohohohoho! Das war der 1090! Burn, Motherfucker! Burn, Motherfucker! Heißt, er hat die dickste Wumme auf dem Rücken von allen hier, aber... Wahrscheinlich muss ich da wieder schießen! Ja, schieb mich die Leiter hoch! Wer ist denn hier Feind und... Hä? Nimm meine Hand! Das ist immer so für Low Five, glaube ich. Aber das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht verstanden. Also ich habe doch... Das gucke ich mir dann selbst nochmal an, auf jeden Fall. Ja, da konnte ja irgendwas nicht richtig stehen. Ich glaube, das ist die Bank. Ich nehm's an! Vorsicht, Zeug, weg sind wir schonmal zur anderen Wache. Der Scheiß-Ziel 90 ist wieder da! Wir müssen was tun! Ach, das ist schon... Friendly Fire! Sorry! Scheiße! Burn, Motherfucker! Hatten wir schon! So, einmal schnell hier rübergejoggt! Von links, links! Ich bleib jetzt einfach mal ein Stück weiter hinten. Oder? Ich weiß nicht. Ich bin so unanstrossen. Ich weiß nicht mal, auf wen oder was ich da schieße überhaupt. Ich treffe sowieso nicht. Ah, ich verstehe. Ich habe eben auf... Auf einen Friend geschossen. Oh Gott! Montes! Hättest du dich eine Sekunde früher hochgedruckst? Ey, ich hätte dich sowas von... zerkleinert. Hallo? Oh, das ist ja der Panzer! Oh, der, Topeka! Los, los, los! Attack! Ja! Panzer zerstören! Panzer zerstören! Das muss zu gut, Blackburn. Ich weiß! Ich weiß! Ich weiß!